Dieser Motorradfahrer aus Brasilien hat ein Problem, was man so auch nicht alle Tage hat. Dieser Papagei ist ihm bei einer Pause einfach zugeflogen. An sich kein Problem. Würde der Vogel einfach nur selbstständig wieder weiterfliegen. Doch anscheinend gefällt es ihm auf dem Lenker des Bikes so sehr, dass er ihn sogar verteidigt und der gute Mann nicht weiterfahren kann. Dieser wird einfallsreich und schafft es mit Hilfe eines Kartons, den Vogel vom Lenker zu bekommen. Dann heißt es schnell weg. Denn der gefiederte Freund gibt so schnell nicht auf. Bilder wie aus einer Verfolgungsjagd.